In diesem Video zeige ich dir, wo du den Schmied findest, denn wenn du deine Waffe selber abgegradet hast, dann kommst du nur bis zu Stufe 3+. Um zum Schmied zu kommen, musst du zu diesem Gebiet, Vollnisbalkon, da musst du dich draufsetzen zur Gnade, also zu dem Bonfire und dann wirst du automatisch zu dieser Tafel der Gnade hier teleportiert. Das ist hier dieser Bereich, hier kannst du einkaufen und so weiter. Ich habe ja dir auch im letzten Video hier gezeigt, dass du hier Zauber kaufen kannst. Nun gehen wir aber hier nach rechts, gehen hier durch und dann nach links. Hier ist auch schon der Schmied und beachte aber auch, dass du andere Scherben jetzt brauchst. Also das bedeutet, hier können wir jetzt, um auf Plus 1 zu gehen, die normalen Scherben verwenden. Bei diesem Schwert brauchen wir am Anfang zum Beispiel, um auf Plus 1 zu gehen, die normalen Schmiedesteine. Mit diesem kommst du, wie gesagt, auf Level 3. Ich möchte hier aber bei meinem Stab weitergehen auf Level 4 und du siehst jetzt, dass dort jetzt Schmiedestein 2 dasteht. Also das bedeutet, wir brauchen einen anderen Stein. Hier steht Schmiedestein 1 und hier steht Schmiedestein 2. Wo du diese Schmiedesteine bekommst, zeige ich dir dann in weiteren Videos. Außerdem zeige ich dir diesen Stab hier. Er ist extrem mächtig, heißt Meteoritenstab und ist besser als der normale Stab in Stufe 3. Er ist immer noch besser und ist spezialisiert auf Gravitationszauberei. Das Beste daran ist, dass du diesen Stab einfach so aufsammeln kannst. Er liegt bei einer Leiche an einem gewissen Ort, wo du auch ganz am Anfang hinkommst. Und das blende ich dir jetzt hier in die Infobox rein. In dem Video findest du, wie gesagt, die Location dieses Stabes. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Wünsche dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns in weiteren Videos.